Jo YouTube und herzlich Willkommen zu diesem ernoten Video hier auf diesem Kanal. Wie du das von den Titel lesen kannst, spiel mir mal kein Fortnite oder so, sondern Agario UI. Das ist meine erste Runde. Ich bin nochmal gespannt, wie gut oder schlecht ich sein werde. Wenn ihr ein Video was verpassen wollt rund um meinen Kanal, dann lasst ihr gerne mal ein Abo da, aktiviert auch die geile Glocke. Und aktiviert auch den Like Button. Danke für deinen Support. Davor Leute, schaut sehr gerne auf meinem Instagram und bei der lieben Melli vorbei. Beides ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Na gut, ich will jetzt nicht zu lange drum rum schnappen, dann fangen wir direkt mal an. Ich muss noch schnell hier die Szene aktivieren und let's go. Das Spiel geht so klar mit der Maus zu spielen. Das Spiel habe ich schon ein paar Looten gesehen. Das ist mal okay. Test es auch mal. Man kann es auch irgendwie rumschießen lassen oder sich teilen. Ah, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ähm, wenn ihr das nächste Mal mit Musik haben wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja Leute, ihr wisst ja, ich spiele auf meinem Kanal nicht nur Fortnite, sondern auch mal andere Games. Schreibt doch mal gerne eure Meinung zu der Rantashow-Flinte in die Kommentare. Ähm, das Video kam ja gestern raus. Ui, ich will nicht, dass dieser LOL... Ich weiß, dass ich es früher mal gespielt habe für mich privat, aber noch nicht für YouTube. Fortsetzen. Schade. Ich bin wieder so ein kleiner Fratzi, ey. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Festkenntnis ab sofort immer oben haben wollt. Ich muss sagen, ich feiere es schon, dass sie oben ist. Natürlich für Livestreams wird die unten sein, ganz normal. Aber für Videos werde ich die auch sofort da hoch tun. Da wo die jetzt ist. Mohn? Warte, Mohn hat sich geteilt. Das meinte ich halt. Man kann sie auch irgendwie aufteilen. Mohn, bitte nicht mehr. Na, na. Okay, acht ist gleich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe, nein. Bitte nicht die Ukraine mit aufpassen. Danke. Warte, ich bin Platz. Okay. Okay. Fast. Nein! Nein! Warte! Fortsetzen! Werbung weg! Warte! Wer ist denn das? Der ist, glaube ich, Platz 1. Ist ja Platz 1. Ja, 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 das ist Platz 1. Wie oft hat der sich bitte schön geteilt? Oh Gott, warum hat der sich oft aufgeteilt? Nein! Ich bin so los, ich fahre direkt in den Rhein. Schade, Leute, wir sehen uns direkt gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder. Direkt mit der Mucke. Ich dachte mir, okay, ich mach die Mucke mal an. Und Leute, ihr seht, die Mappe ist nicht allzu groß. Das Geile wäre, wenn die ganzen Online-Gans selber so komplett frei Musik hätten. Aber die haben ja überhaupt keine Mucke. Nein! Schade. Ich glaube, in den Dingen kann man sich verstecken. Ich steckle. Ich wünsche Ihnen mit der Mucke. Ich wünsche dir in den Moment. Ich wünsche dir, dass wir ein Töpflur mit dem F obviously Valentine. Ich wünsche mir jetzt die Reihe Omae. Ich wünsche dir, dass wir une Töpflur mit dem Fakten mitf Surte. Ich versuche mir, mit der Töpflur mit den Fakten mitfiat. Ich wünsche mir das mal ein bisschen. Ich wünsche dir zu mir über den Fakten. Ich wünsche dir, dass du dann auch ein Böden bist. Folge schade. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein. 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 Okay, das war ein Fehler. Nein. 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 No. Nein. Bluuuut? Keine Ahnung. Schade. Eine Aufzeit? Nein! Verpiss dich du, rosa Typ. Eine Aufzeit? Nein! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Verkauf! Ich geb dir alles was ich habe. Damit will ich sagen, was ist mit dieser kleinen XXL Folge. Ich will sagen, ihr hört uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder oder im nächsten Like-Team. Denkt dran, haltet eure Füße flach und wir sehen uns direkt wieder. Tschüss. Tschüss.